Oh Gott. Ich hab gewusst, dass ich das Geräusch kenne. Wie lang? Kettensäge. GTA 26. Ich hab gewusst, dass ich das Geräusch kenne. Und das hat nicht gebuzzert, aber ich hätte immer eher nachdenken sollen, was ist es? Motorsäge. Im Katalog blättern. Ich weiß es. Den Empfangkorb einknipsen. Mach nochmal, ich hab nichts gehört. Das ist ein Fangkorb. Ist es das? Fangkorb, ja? Sag ihr doch. Haben wir nicht noch mehr? Jetzt bin ich gerade drin mit dem Flo. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Du.